Achtung, Achtung, Achtung. Angst? Boah, fett. Ich bin schon kaputt bei dir. Kannst du mich umbringen? Ja, danke. Ist nicht kaputt. Kannst du dich mal ausschümmen, ne? Wollen wir jetzt in die Artikel sitzen alle? Hm? Wollen wir jetzt alle in die Artikel sitzen? Mhm. Geil. Fährt nicht mehr. Hm, läuft ja bei dir. Kein Rennen fahren, lass ihn ziehen. Herr Kruppmeier, warum fahren keine Mieks beim Erfolger mit? Kein Bock! Guck! Waaah! Lass ihn doch vorbei. Oh! 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 Was ist das denn? Oh! Waaah! Wo war ich denn denn? Soll ich den Bling? Ich könnte nächstes Mal mal eins zu acht hier anbieten. Auf! Oh! 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 Dann fahren wir morgen ab. Das Auto sieht von hier sehr gut aus. Ja, es geht. Irgendwie verspringt es, finde ich ziemlich. Die Planung ist nicht mehr so gut. Aber es ist ein bisschen weiter. Aber es ist viel besser. Viel besser. Wie man gut landet, kann sein auf Frühstück. Das ist ein bisschen höher. Kann man hier mal anhalten? Uh! Ich bin ein bisschen härterer Stabby drauf. Weißt du, was hier geil wäre? Short Course 4 WD. Was? Was? Nein! Achtung, komm! Knatsch! Das hatte ich auch gewonnen. Genau, dann ist die meine Mutter abgekommen. Drei Akkus nacheinander. Immer die Mutter abgegangen. Erst beide mal rechts. Beide die ersten mal links. Dann habe ich den Reifen von rechts auf links getauscht. Und dann das letzte mal rechts. Das heißt, es war an der Stelle. Jetzt haben wir neue Felden, neue Reifen, andere Reifen. Das war's. Das war's. Okay? Ja. Denk an die Gesamtwertung. Ups! Entschuldigung! Ja, alles gut. Ja, genau so weit wie sie sich halt. Ja, genau so weit wie sie sich halt. Ja, genau so weit wie sie sich halt ... Ja, das war sehr gut! Ja, wir haben das, was sie. Alle Reifen vom Metern. Das war's. Untertitelung aufgrund der Audioqualität nicht möglich Nee. Nur mal die Bude hier. In dieser Hütterdach. Und mein Widerfahrer, und jetzt weiß der ich gerade bei dem Kloch, wo er jetzt ist, ne? Mehr brauche ich nicht wissen. Ob das funktioniert. Ich freue mich auf den Sprung. Vorsicht! Neko, kannst du einmal? Ja, gerne. Dankeschön! Kann ich jetzt auch schon mal rausbringen. Ich komm immer von hinten. Ich komm immer von hinten. Ich komm immer von hinten. Das muss so sein. Ja. Wie lange kann ich damit eigentlich fahren mit dem 1, 2, 1, halbe Stunde? Ja, sauber! Ja, Markus, da kann ich. Einmal bisschen Druck gemacht, schon verbremst. Schlimm. Aber geschickt die schwarzen Stellen nutzt das schon aus. Und leider weiß, da kann er nicht mehr hängen bleiben. Ach, das liegt auf euch an. Das soll so! Das ist schon wieder besser geworden, als du wolltest. Ja, schön innen reingedrückt war heute. Ja. Schon wieder auf. Das ist schon wieder. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020